So, dann mach ich mal auf den Weg und guck mich mal hier oben. Äh, hier ist noch ein Megalodon. Nett sieht er aus. Sehr nett. Ist das ein Pinguin? Naja, egal. Dann einfach mal weiterfliegen. Du, 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 du. So, hier ist das Ende des Pinguin Killzones, sag ich mal. Ich muss mich ein bisschen beeilen, dann kann ich mir das Ding gleich noch vielleicht bauen. Wenn jetzt nochmal genug Pinguine sind. Ich hoffe es. Also, wie es aussieht, sind wir keine einzigen. Uiuiuiui. Okay, ich hab mich doch vielleicht geirrt. Ah, da vorne sind alle. Die müssen sich nur noch gut rauswerfen, das Zeug. Ich hab hier. Ja, da. Ja, da. Tut mir leid, Kleiner. Was? Noch einer? Ist ja selten. Ah, schon wieder drei Prime Meat, ey. Scheiße. Könnte ich noch schaffen, wenn ich das jetzt schnell zurückfliege. Ja. Mein Schiff war da hinten. Wir kommen beim Stream. Ah, so. Dann hab ich gleich noch das letzte Teil fertig. Dann hab ich den Fahrstück vollständig für heute fertig. Dann mach ich vielleicht auch für heute schon Schluss. Weiß noch nicht mal sehen. Wir haben es gleich gerade mal drei, hab ich gerade gesehen. Ne. Krieg ich wahrscheinlich doch länger. Nein, im Fahrstück will ich es zumindest noch fertig kriegen. Dann wär ich wahrscheinlich noch mit dem Stein fahren. Dann wär ich noch ein bisschen Dächer ausbauen. Da oben. Und dann... Oh Gott. Noch so viel zu tun da. Dann werd ich gleich nochmal dahin fliegen. Und dann werd ich gleich nochmal... Gucken, dass ich da vielleicht nochmal ein paar Pinguine finde. Ich denk mal, werden noch ein paar sein. So. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70... Was? Was? Scheiße, ich hab genug. Ich brauch nicht mehr dahin. Halt doch, ich geh trotzdem gleich dahin wegen meines Bogens. Dann kann ich meinen Bogen vielleicht noch gleich reparieren. So, jetzt muss ich schnell nachgucken. Hab ich wirklich jetzt genug? Sind wir da? Oh. Oh. Bei 100 Polymer brauch ich dafür. Scheiße, ich dachte 160. Dann lass ich das mal da drin und äh... mach mich mal schnell wieder auf auf. Das heißt, ich brauch noch 47 Polymer. Oh Gott, das ist ja ne Heidenarbeit jetzt. 47 Polymer. Wie soll ich denn das denn noch auftreiben? Da muss ich echt gucken, wie ich das noch auftreiben kann. Das wird ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ich krieg's von Organisem Polymer. Weil ich würde umgehend jetzt noch wieder zurück zur Basis. Das dauert alles wieder Zeit, Zeit, Zeit. Und die Zeit habe ich einfach nicht. Drüben müssen auch noch Pinguine sein. Da geh ich auch noch gleich hin. Wenn ich hier fertig bin. Oh, Pinguine respawns oder warum sind wir wieder mehr? Ja. Ja. Oh, jetzt gehen die nochmal zurück. Die fliegen gerade. Das kann ich jetzt leider nicht mehr machen. Da sind die anderen Pinguine. Da sind die. Der hat da vier eingesteckt. So, das war jetzt alle. Jetzt kann ich zurückfliegen. Da muss ich gleich nochmal hier hinfliegen, weil hier nicht noch ein paar Pinguine sind. Moment, das weiß ich. Ein paar sind da oben und ein paar sind da hinten. Ah, scheiß Dreck, ey. Ah, ich werde das Prime Meat eben immer retten. Handy wäre es mir scheißegal, aber naja. Wir wollen das später noch Tontämen benutzen, auch wenn es gekocht ist. Komm schon, komm schon, schneller, 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 schneller. Wow, das ist halt nicht gerade wenig. Gleich wieder zurück. Da ist gerade mal 10, da fehlt also noch 37 Polymer. Na ja, 7 hätte ich noch da, aber ist mein eigenes. Aber gut, würde ich es uns trotzdem dafür nehmen. Wenn das wenigstens fertig wird, wäre es uns ärgerlich um das Polymer. Was, da ist noch ein kleines? Ne, nur eins. Mehr als eins. Was, da ist noch ein kleines? Oh, da. Ah, ja. Manchmal sind auch welche hier oben, was da schon ziemlich komisch ist. Hey, da sind welche. Da ist einer. Wir haben was dazu erwischen. Oh, sogar Baby-Pinguine hier. Einer oder zwei? Einer. Ist die aus dem Wasser rausgekommen? Ne, schade. Doch, jetzt! Ach, schade. Doch, jetzt wieder. Andere auch? Andere nicht. Oh, da. Ich gehe da sonst wieder zurück. So, dann schnell da rüber nach, dann noch da schnell nachgucken. Wie, hier sind diesmal keine Pinguine? Kein einziger? Ah, na toll. Habt das gewusst. Kein einziger Pinguin. Ah, super. Aber, das heißt wohl, ich hab Pech. 17, da fehlt mir noch 30 Polymer. Scheiße. Dann kann ich nur hoffen, dass vielleicht die Viecher schon ein bisschen respawn sind. Dann gehe ich nicht gleich dahin. Dann werde ich jetzt schnell noch das Prime Meat da in den Grill schmeißen. Auch wenn das meiste davon wahrscheinlich vergammelt. Aber, vielleicht krieg ich noch mal ein bisschen Pinguine zusammen. Wär gut. Also eine Scheiße, ey. Ein 30 Polymer scheitert jetzt, ey. 30 Polymer. Sorry, best user, this server is a private server for special people and friends from admin. Dann geht's. Was ist der andere hin? Der andere hin? Da ist er Schnell zurück Willkommen beim Stream Wir zugekommen sind Schnell zurück Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, da sind wir.